Verrückt Im Land der Lüge gilt der als verrückt, der anders fühlt, denkt und handelt als die große Mehrheit der Menschen auf diesem Planeten. Als verrückt gilt der, der mit dem weißen Auge der Seele hinter die Kulissen blickt, wo andere mit ihren physischen Augen nur die Welt sehen, wie sie sich uns zeigt. Als verrückt gilt der, der sich auf sich selbst verlässt. Der, der sich auf den Weg macht, seine eigene Welt zu entdecken, ganz ohne die Meinung der Anderen. Als verrückt gilt der, der Liebe als Ausdruck der Einheit mit dem Ganzen empfindet. Als verrückt gilt der, der aufgehört hat, den Schöpfer in Religionen zu suchen, um ihn in sich selbst zu finden. Als verrückt gilt der, der voller Magie und Liebe ist, der weiß, dass er mit seiner Verrücktheit heilt. Diese Verrücktheit ist die Vernunft, die die Welt braucht. Das ist der wahre Ausdruck der Freiheit der Seele. Frei zu sein von allen begrenzenden Gedanken, Glaubenssätzen und Sichtweisen. Danke, dass du so bist, wie du bist. Danke, dass du ein Verrückter bist, der auf sein Wohlergehen und das Wohlergehen der ganzen Menschheit setzt. Schön, dass du da bist. Danke, dass du hier bist. Frei zitiert nach Gabriel Garcia Marques